Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Omen 15EK1060NG Gaming Laptop. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Zocker Laptop für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon Angebot zum Zocker Laptop werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, hierbei handelt es sich um einen ziemlich leistungsstarken Zocker Laptop. Auch die Grafikkarte zum Beispiel echt ordentlich, die hier verbaut ist. Grundsätzlich erstmal zur Frage Gaming Laptop oder Gaming Rechner, denn da sind sich vor allem Neulinge in der Welt des Zockens sehr unsicher. Folgendes, also die Flexibilität vom Laptop ist wirklich der entscheidende Vorteil. Du kannst ihn am Schreibtisch einsetzen zum Arbeiten oder Zocken, kannst Filme schauen im Bett, kannst ihn in der Bibliothek unterwegs, im Zug, im Café einsetzen, wo auch immer. Wenn du dir jedoch eine feste Gaming-Ecke in deinem Zimmer einrichtest, und das machen sehr viele Zocker, dann könnte auch ein Desktop-PC für dich interessant sein. Gibt es auch von HP zum Beispiel, aber noch vielen anderen Herstellern. Nur als Tipp, wenn du diese Flexibilität eigentlich gar nicht brauchst, dann schau dir vielleicht auch mal einen Desktop-PC an, aber naja. Wir können uns auf jeden Fall auch noch ein paar Eigenschaften zu diesem Zocker-Laptop hier genauer anschauen. Wie bereits gesagt, die Grafikkarte ist schon wirklich ziemlich stark. Die Nvidia GeForce RTX 3060, finde ich gut zu dem Preis. Was haben wir hier noch? Omen Gaming Laptop mit brillanten 15,6 Zoll Full HD Display mit 144 Hz, leistungsstarken Intel Prozessor und RTX Grafik. Intel Core i7 Prozessor der 10. Generation. Zuverlässig und leistungsstark mit starker Performance bei Multimedia-Anwendungen, Streaming, Gaming und Entertainment. Die Nvidia GeForce RTX 3060 ist die ultimative High-End Grafikkarte für Gamer. Mit Ampere, NVIDIAs RTX-Architektur der zweiten Generation für Echtzeit-Raytracing, ultra-realistische Grafikdarstellung und ultimative Leistung von KI-gestützten DLSS. Omen 15 Laptop. Das mobile Kraftpaket für ultimatives Gaming überzeugt mit High-End Hardware, 15,6 Zoll Display mit 144 Hz, ausgefeiltem Kühlsystem, beleuchteter Tastatur und viel mehr. Also ich finde, für einen Gaming Laptop sieht er auch noch relativ zurückhaltend gestaltet aus, sprich, wenn du den auch so im Business-Kontext verwendest, wenn du in einem Café an einer Webseite arbeitest oder so, finde ich, sieht das auch noch ein bisschen dezenter aus, was auch durchaus ein Vorteil sein kann, aber ganz klar, Geschmacksfrage. Im Hinblick auf die Komponenten, meine Einschätzung nach, ein faires Angebot. Ob es für dich der passende Gamer Laptop ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Omen 15EK1060NG Gaming Laptop. Das ist ein Angebot, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zocken. Alles Gute. Ciao.